Das stimmt nicht. Du bist mir ins Gegenkommen, wie die Tür aufgangen ist. Nein. What the fuck, Eni, ich stehe jetzt gerade in Matt Bay. Du bist mir gerade ins Gegenkommen, Richtung Cafeteria, wie die Tür aufgangen ist. Du stehst nicht in Matt Bay. Ich stehe gerade in Matt Bay. Nein. Ich stehe gerade in Matt Bay. Nein, tust du nicht. Eni, Slick, ich weiß es nicht, aber what the fuck. Ich will auch Imposter sein. Ich will Leute aufschlitzen. Anders glaube ich, dass das Lick. Jo, das Lick. Jo, das Lick. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, bei Weapons haben wir beide den Download oder Upload gemacht. Ja, genau. Ich weiß nur, dass ich in Electrical, ich glaube, mit Ketora und Mark war. Und da ist auch noch nichts gewesen. Gut, okay, dann war es das Studio noch. Ich weiß, dass drei Leute waren mit mir in Electrical, als ich rausgelaufen bin. Ich weiß, dass Ketora drinnen war. Ich weiß aber nicht, wer noch drinnen war. Dann war es das Studio. Ist Electrical rechts von Storage? Nein, links von Storage. Okay, ich war zuerst in Storage, habe dort die Idee, die das Wirring gemacht. Und dann bin ich so rechts, ich glaube, Admin ist das dann? Ja. Ja, genau. Wenn du rauf rechts gegangen bist. Genau, ja. Was hast du gemacht in Admin? Was ich gerade gemacht habe? Ja. Das zuerst ein Wirring und dann die, Moment, kurz überlegen. Was war das? Die Zahlen, die Nummer eingeben, den Code eingeben. Den Alarm. Das rechts in der Ecke oben. Ja, genau. Und danach? Gut. Und dann unten bei dem Tisch gab es auch noch was. Ja, das ist das Kartenswarten. Ja, genau, die Kartenswarte. Was hat der Marc für ein Beef gehabt in Electrical? Ich habe dort vier Tasks, aber bin sofort dorthin gegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann sterbe ich dort. Eh. Habe meine vier Tasks gemacht, das war Downloads, dieses Ding mit den drei Sachen. Ach nee, aber was war das Thema, warum? Also, ich wusste nicht mehr, welche Leute noch mit Ketora und mir dort waren. Und das war es halt du. Also, das ist alles, was ich weiß. Okay, dann war Oxygen im Admin und dort ist ein Abhängen. Genau, genau. Mehr weiß ich auch nicht. Ich wollte nur wissen, wer halt... Zana, hast du Sensor im Admin gesehen? Ja, ich glaube, es war er. Es war auf jeden Fall niemand dort. Ich glaube, es war er. Psch. 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 sorry sorry war gemutet irgendwer ist gerade weggeventet im reaktor beim oberen part und klotz ist dort gelegen ich habe nur einmal in der reaktor zugeschaut um zu schauen wer also reingeschaut um zu schauen wer dort aller ist um den zu fixen da waren du nadine glaube ich und eni und klotz ist mit mir gleichzeitig reingekommen so was bist du gerade in elektrik rein ja ich bin nachher also nach dem reaktor bin ich mit euch runter gelaufen und jetzt bin ich in elektrik leer ok passt ich habe schon falsch gelobt das war klotz aber ich habe dann habe ich mich vertan passt dann was ist das einzige was mir noch aufgefallen ist ich war gerade am weg rechts ich weiß nicht mehr was ich gerade für tasks rechts und dann ist der reaktor losgegangen bin ich halt zurück nach links gelaufen und mir ist aber sanne entgegen gekommen die weiter nach rechts gelaufen ist genau habe ich auch nicht beim reaktor gesehen ja ich auch nicht ich bin nach rechts und habe dann dieses mit diesem flugzeug da gemacht wo man die linien verbindet und danach ich bin noch immer dort es könnte halt sein wenn sie nicht das super wenn system verwendet hat und von wend zu wend gehopst ist es war nämlich glaube ich tatsächlich alle links außer sauna ich habe links alle gesehen außer sanna deswegen frage ich nur so blöd ich mein sanna spielt auch noch nicht so lange das ja momentan alles aber aber sie hat sich mit dem freundin bei youtube-videos angeschaut hat es mal gesagt aha ok das ändert alles ok also ich bin ich war ganz rechts ich bin nach rechts gelaufen wer hat mich gebotet wer hat mich gebotet ich glaube das war ein selbstreport ich glaube das war ein selbstreport so fixen das kann Das war's für heute. Scheiße. Scheiße. Schmerzer Tod. Kannst ja nicht nur Sensor sein. Wo steht das oben, Mutti? Wir sind in der Gegend rum. Wie du dreistens mit dem Self-Report durchkommst. Wer ist noch dabei? Mahup, bist du noch dabei? Sicher ist er dabei. Ja, ich bin dabei. Jetzt bist du dabei. Gut, gut, gut. Jetzt hat er Blut gelegt. Gehen wir da noch fort. Ein zweites Mal. Wieshalb zwölf können wir fortgehen. Wieshalb zwölf können wir fortgehen. Sonst werden wir eingesperrt. Pssst. Vielen Dank fürs Warten. Gerne. Da löst er gleich einmal O2 aus. Aus Rache. Was ist das? Was der fuck? Was der fuck? Ja, der hat jetzt grad Klotze bei O2 gehielt, oder? Bei welchem? Beim unteren, oder? Ich würde auch sagen. Hätte ich grad die Chance gehabt, Klotze selber zu töten? ich hätte es wirklich gemacht. Das wäre gerade echt mein letzter Moment gewesen, und sie hätte mich sofort disconnected. Ist ja dein Impostor-Kollege zu vorkommen. What the fuck? Nein. So, wo liegt er? Unterer, bei dieser scheiß Admin-Geschichte. Ich bin mit Glotze gestanden. Wir haben beide gefühlsmäßig gerade diesen scheiß unteren O2 gemacht. Ich bin fertig. Es liegt ein Glotze-Steak daneben. Normal hätte ich es gefeiert, jetzt nicht. Okay, wir warten beim oberen O2, Alter. Ich habe mir Admin niemanden gesehen. Also warst nur du da. Nein, es ist eine Person weglaufen, aber ich kann die Farbe nicht zuordnen. What the fuck? What the fuck? Entweder du siehst den weglaufen mit Farbe oder du siehst ihn nicht. Es bringt mir nichts, wenn ich euch sage, ich sehe jemanden, aber ich kann euch die Farbe nicht sagen. Aber das hast du doch gerade gesagt. Es war jemanden zumindest beim Admin Swipe da, aber bei O2 war nur Glotze und ich. Wir haben es beide angefangen, Glotze ist gestorben und ich habe es fertig gemacht und Glotze war tot. Okay, wer war beim oberen O2? Obere, Eni, Eke, also Parchin. Eni war glaube ich bei dem Blätter aussortieren. Wo bist du hingelaufen, Slick? Ich war auch beim oberen O2. Oh, okay, gut. Das würde erklären, warum ich dich nicht mehr gesehen habe, weil ich bin nämlich zum unteren weitergelaufen, aber nicht sehr weit. Also ich war nicht einmal Wo war die Sun? Ich bin runtergelaufen zu Storage. Hab da so etwas gemacht, war Warring, und dann wieder raufgelaufen wohl zum Mad Bay. Ich hätte du das sehen, dass du mir da entgegenkommst. Ich kann es nicht zuordnen. Also ich weiß nicht, ob sie, warst du in Admin vorher? Nein, ich bin gleich runtergelaufen. Okay. Sana ist mir nicht entgegengekommen, als ich dort war. Das ist irgendwo ein Pasta. Ist das der zweite? Weiter. 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 Markettore, Markettore, Markettore. Einer muss mit raufkommen von euch, einer muss mit raufkommen von euch, sonst werde ich umgebracht. Alter, was will er wieder? Sorry, aber wer hat gerade O2 gefixt? Ich. Also unter anderem mehrere. Bei welchen? Unter anderem. Ja, wer war bei dir? Keine Ahnung, ein ganzer Haufen Leute. Maho, ich und noch irgendjemand. Ich kam tatsächlich noch dazu und dann war es schon vorbei und dann wollten wir gerade nach oben. Das stimmt. Und dann wurde da beendet. Das stimmt, Alter. Also es waren fast alle in Admin. Also die einzige Person, die ich bei mir oben gehabt habe war Sana. Während wir es gefixt haben, ist dann Cafeteria zugegangen und irgendwie hat mich weggeteilt. Habt ihr bei euch irgendwas komisches gehabt? Nein. Nein. Das ist ja auch so. Niemand tot. Deswegen frage ich noch. Dass Sleek mir irgendwie zu nahe kommt. Hin und wieder mal. Sleek, willst du dein Messer an mir wetzen? Nein. Ja. Nein, mir ist wurscht. Ich meine, wir können Tasks machen und skippen. Aber bei mir waren... Sleek hat rote Farbe? Sleek ist weiß und Sleek war bei uns so rote Farbe bei mir gerade. Die rote Farbe mir ging in Posterfarbe. Habt ihr nicht verstanden. Sleek, welche Tasks hast du noch? Ich habe jetzt noch Electrical Reaktor. Welchen Reaktor? Was heißt welchen Reaktor? Welche Reaktor-Pask? Ja. Weiß ich nicht. Spannend. Du warst der Erste, der beim oberen Notu war. Aber... I don't know. Ich würde 10 Sachen auswoten an eurer Stelle. Kannst du noch mal? Ja, kannst du viel voten. Also ich skippe jetzt. Skippe auch. Ich weiß auch nicht. Und denkt euch mal bitte was anderes aus als jedes Mal Oxygen. Sag's im Sleeker. Ich kann mich da mal aufheben. Ja... Ich bin echt großartig. Ich bin echt großartig. Ich bin echt großartig. Ich bin echt großartig. Und dann werde ich das bei mir aufheben. Ich bin echt großartig. Ich bin echt großartig. Okay. Okay, what the fuck, we're at it. Jetzt wird von mir Kitora umgeschnetzelt. Wo? Im unteren Oxygen. Ich glaube, da ist Sana mit reingelaufen. In Oxygen? Also bei Atmen. Ja. Weil du bist erst losgelaufen, als du mich gesehen hast. Da bist du erst losgelaufen. Sensa ist schon dran gewesen. Ich bin dann kehrtwende nach oben und wollte jetzt auf die andere Seite. Und da hat er auf jeden Fall noch gelebt. Warst du Atmen? Ich war gerade eben im Atmen. Habe ich gesehen, dass Sensa noch gelebt hat. Er war an dem Pult dran. Habe ich kehrt gemacht und wollte rüber. Okay, aber ich habe dich nicht gesehen. Ich bin gerade eben kurz vor Sana rein. Aber wo bist du jetzt im Graf? Von nach oben? Hm? Bist du nach oben gelaufen? Ich bin nach oben gelaufen. Kann das irgendwie bestätigen? Nein, kann keiner. Kann ich nicht bestätigen? Kann keiner bestätigen. Die einzige, die ich dann weiß, die reingelaufen ist, ist Sana. Ja, aber du hast die Sana verdächtigt. Also sie ist ziemlich wertlos. Ich habe gesagt, als ich da vorbeigelaufen bin, sie stand bei Storage. Stand sie noch rum. Ich laufe an ihr vorbei. Sie bewegt sich erst. Und sie war an keinem Task dran. Ich schaue doch immer auf die Karte immer wieder, wo ich hin muss. Da stehe ich dann. Gewartet, bis irgendjemand anderer kommt. Weil? Ja, weil ich da nicht allein hineinlaufen möchte. Na, wenn du allein bist? Und wenn keiner kommt, dann... Ich weiß ja nicht, ob der drinnen steht, drumherum habe ich gewartet. Hast du sowas nicht vorhin unterschockt? Eneon Sensor? Ja, bei Sensor bin ich dabei. Bei Eneon Sleek bin ich dabei. WTF? Self-reporting Sensor. Ja, bei Sensor bin ich dabei ist. Das ist jetzt klar. Ja, wen wotten wir raus? Auf den Kill Codown warten ist halt verschwendet, weil wenn die zwei Imposter wen umbringen... Ja, was machst du für gerade Tasks, Alter? Ist doch egal, was ich für Tasks mache. Es geht darum, dass es zwei Imposter gibt und es fehlen zwei Kills. Ich muss noch ein Wiring machen. Was machen die anderen? Ich bin gerade in Medbay. Da wollte ich gerade rein. Ich habe jetzt gerade mein Upload gemacht und wollte jetzt gerade in... Die Schleusen gingen zu, habe ich mir gedacht, ach, machst du gleich den Upload. Gehe ich nach oben und kam der Report, aber ich wollte gerade an Medbay mich scannen. Und was hast du Sleek gerade für einen Task? Jetzt gerade? Ja. Jetzt gerade war mein Task, ich bleib stehen, damit kein Kill passiert und ich den Report Knopf drücke. Nein, was ist dein letzter Task? Wie oft noch Wiring? Wo? Security. Mir ist das wurscht, auch wenn es mich sass macht. Mir gibt es auf die Nüsse. Ich habe jetzt Sensor gevotet. Ich bin gerade Medbay. Ich habe gerade eh nicht gesehen. Es haben sich gefühlt hinter uns jegliche fucking Türen geschlossen und dann wurde alert. Ich stehe Medbay und bin nicht mehr rausgekommen und dann wurde alert. Es geht ja jetzt noch gar nicht darum, was jetzt passiert ist. Das interessiert ja keinen. Nein, ich frage nur, was ist der nächste Task? Und wenn du sagst, passt, ich muss da jetzt rüber, dann machen wir das. Es ist mir wurscht, aber dann brauchst du nicht voten. Du standest am Schluss nicht in Medbay. Ich bin jetzt gerade bei Medbay auf diesem Medbay-Scheiß-Bett. Stehe ich gerade. Während dem Report? Jetzt gerade? Das stimmt nicht. Du bist mir entgegengekommen, wie die Tür aufgegangen ist. Nein, ich stehe jetzt gerade auf diesem fucking... Können wir jetzt bitte voten? Danke. Weil da haben wir jetzt gerade noch zwei Impost... WTF? Ja sicher haben wir noch zwei Imposte. Du bist gerade in Medbay gekommen, Richtung Cafeteria, wie die Tür aufgegangen ist. Du stehst nicht in Medbay. Ich stehe gerade in Medbay. Nein, ich stehe gerade in Medbay. Nein, tust du nicht. In is slick, ich weiß es nicht, aber WTF? Macht eure Tasks bitte. Ja, bei so vielen Tasks, WTF? Ja, bei so vielen Tasks, WTF? Ja, bei so vielen Tasks, WTF? Eigentlich hilft mir das nichts, wenn ich nicht mehr reporten kann. Ich nehme an das. Ja, ich nehme ein. Ja, bei so vielen Tasks. Ja, bei so vielen Tasks, WTF? Ja, ich nehme an die Tasks, WTF? Ich nehme an das, wenn man das Gewichtkupport, ich nehme an die Tasks. Ja, ich nehme an oder die Tasks. Ja, ich nehme an die Tasks. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für ein Stranger move. Das war's für heute. 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 drei mit euch beiden machen ein paar ich hin oben beim oberen o2 mit pachin was du da ja ich war alleine da er ist mir an der schleuse entgegengekommen ich bin fertig maho und ich sind beziehungsweise maho muss jetzt fertig sein eni war fertig bei mir war shields ist das letzte ja dann muss irgendein geist schlafen das gibt es nicht meine tasse sind auch schon seit ewigkeiten fertig also wir müssen jetzt so wir müssen jetzt wollten wir müssen jetzt wollten müssen wir nicht ich war die schlafenden geist du hast es fast noch verkackpaarchen ermittelt jetzt Vielen Dank.